Ich habe keinen Pfefferspray mehr. Ja, was soll ich tun? Die ganze Familie. Helft sie mir! Aua! Nein! Ich rette dich! Ich werde sterben! Ich werde sterben! Ich werde sterben! Er ist nicht tot. Ich werde sterben. Ich werde sterben! Ich werde sterben! Das ist ein riesiges Gerät! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist eine Mama. Ich werde sterben! Oh Gott! Der DM-Wat. Ah, ich kann nur humpeln. Du auch. Ah, okay. Okay, Lukas, dann regeln dich erst ohne mich. Bin ich sicher, ob ich das überlebe? Bin ich mir auch nicht. Oh Mann. Ich werde da hinten hochgehen. Keiner hört mich. Ich bin so geheim. Kill also Hostages. Ich hab keinen Pfefferspring. Was für Angst. Ich lasse hier niemanden am Leben. Wo ist die Sucht? Ey, wo ist doch eine Sucht? Echt? Ja, weil du bist so... Irgendwie hast du noch einen Typen gefunden. Oh Gott, das macht mir echt Angst. Wir müssen noch einen hatten. Oh, mal gucken. Das muss doch in der Küche sein. Wo ist das denn los? Ich glaub, der ist echt da drin. Das ist doch echt Angst. Da ist er. Nein. Harry Potter. Dann, der Ober... Harry Potter. Ich kann mich nicht umbringen. Doch. Nein, ich kann nicht. Warum nicht. Du weißt, du musst dich irgendwie umbringen. Du kannst dich mitzupassen und streng dich damit in den Luft. Okay. Geh da runter. Ich spreng wieder eine Garage in den Luft. Progress. Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist realistisch. Warum eigentlich? Ist doch nicht so eine schwarze Busse. Keine Ahnung. Ich sehe jetzt erst mal alles aufhören. Das ist ja gar nicht so kaputt. 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 Ich nehm jetzt mehr Pfefferspray. Okay, ein letztes Mal noch. Ich nehm mehr Pfefferspray. Ein letztes Mal ich nehm ihn rauf. So, okay, dann nehm ich jetzt den letzten Mal auf. Nehmen wir jetzt den letzten Ausfass. Aber ich nehm natürlich das letzte Gewehr von allen mit. Das kann natürlich niemals ohne raus ausgehen. Und das klassische Gewehr von allen, womit alles angefangen wird. Häftig. Hält, ey. Wenn ich schnell dann auch noch zu bieten soll. Und ich nehm Taiwan. Das ist geil wie Kyro. Yeah. Cool. Das geht's, ey. Wir sind zu cool. Kannst du das Ding voll schlecht texturieren? Schlecht? Schlecht! Okay, offen. Voll zu. Ja, ich komm. Ja, ich kann schnell laufen. Das macht diesmal keinen Scheiß. Oh Gott, da ist ne Suchti. Ja, da hat er eher eine Tür aufgemacht. Ja, schon. Wir sind hier! Oh Mann! Ich denk mal, ich hab das mal an. Oh, der ist doch nicht. Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wir sind hier! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Was ist denn die wahre Oma? Das ist keine Lust, das ist ein normaler Oma. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht normaler Oma. Wo ist sie? Der ist hier nicht hoch, ey. Oh, da geht's echt. Objektionen mit Pfefferspray abzuspacken. Hallo, wo seid ihr? Oh, durch die ist. Ich hab einen Hazen. Das hat sich nicht gemerkt, die Oma. Wieso nicht? Oh, in den Bindigan. Oh, Jek! Warte Lukas, es geht mit Taktischer. Lass mich das machen. Oh Gott, Taktik. Recht gute Taktik, ey. Keiner hier. Ich mach das Radio, ey. Hier. Kaput, jees. Komm ins Radio. Macht voll viel Sinn. Oh, ja! Ich umreg. Warte, test. Ich mach das. Ich mach das so gar nicht, die du hier. Oh. WIEH! Pfeffr, Pfeffr. Yes, es ist Pfeffr. Pfeffr, wie werden. An den Stamm. Pfeffr. Pfeffr, wie werden. Pfeffr, Pfeffr. Yes, es ist Pfeffr. Pfeffr, wie werden. An den Stamm. Pfeffr, Pfeffr. Pfeffr, Pfeffr. Pfeffr, Pfeffr. Pfeffr, Pfeffr. Yes, Pfeffr. Pfeffr. Die war recht zu viel. Okay. Get down or I'll put you down. Hands in the air, now! Super Exekution. Voll weggefetzt. Ja, von mir ist sie auch weggeflogen. Oh, was? Oh, was? Please, get down now! Warum ustedes diese Dinger auf mich?! Von Nachdrehen auf. Yes, it's Wort. Oh. Oh! Was ist das? 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 Voll das riesige Loch im Boden! Ah, sie wollen mich alle quälen! Boah! Ja, wir überleben, ne? Hälfte! Ah, sie wollen mich alle quälen! Oh! Was ist das, also, cool, hä? Nur noch mal! Oh! Papa! Spule! Oh, ich hasse die Oma! Oh, kann ich morgens! Hälfte, bei der Seite? Oh, das wäre cool. Das wäre toll. Die geht aber nicht hoch, ich kann sie noch öffnen, wenn ich will. Geil. Das bringt mir auch so viel hin. Nein, ich freige mich. Einfach. Einfach. You have failed the mission. Mission. Ja und das, Leute, das war das Wort 4. Ähm, Arbt Edition. Ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie wir die Oma zu quälen. Das war das Wort 4, wie es eigentlich sein sollte. Das war das Wort 4, wie es eigentlich sein sollte. Miros 295 Punkt. Guter Score. Discorrect. Discorrect. Schlecht. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's wieder heiß, wir quälen. Geil. Ciao.